Die Karl-Eckardt-Fahrzeugbau GmbH ist ein Familienbetrieb, der sich seit über 80 Jahren mit Fahrzeugbau beschäftigt, insbesondere mit der Fertigung mobiler Open-Air-Bühnentechnik. Wir legen sehr viel Wert auf Tradition, aber auch auf moderne Produktion. Durch langjährige Zusammenarbeit, die damit verbundene Erfahrung und fachliche Qualifikation, hat sich ein Team herausgebildet, das höchste Qualität und beste Produkte verspricht, das StageMobil. Mobil, praktisch und multifunktionell, führend im mobilen Bühnenbau. Dieses Erfolgskonzept der Baureihe StageMobil basiert auf innovativem Know-how sowie der Fertigung und Montage an einem Produktionsstandort. Mit modernster Maschinentechnik werden unsere Visionen und die unserer Kunden realisiert. Gute Qualität, perfekte Funktion und dauerhafte Haltbarkeit. Neben dem Know-how des Fertigungsteams tragen auch langjährige Lieferanten und Geschäftspartner zum besonderen Erfolg unserer Produkte bei. Halbzeuge und Bauteile werden seit Jahren von bewährten Geschäftspartnern geliefert, die genau wissen, dass die Forderung nach hervorragender Qualität bei uns an erster Stelle steht. Dieses Konzept garantiert eine überdurchschnittliche Qualitätskontrolle bis hin zur Endabnahme des fertigen StageMobiles. Das Konzept des StageMobiles hat sich für den Bereich mobile Bühnentechnik international bewährt. Veranstaltungen jeder Art werden mit unseren Bühnen erleichtert. Organisatorisch und finanziell. Von nur einer Person sind die Bühnen unterschiedlicher Größenordnung innerhalb kürzester Zeit aufgestellt und einsatzbereit. Forschung, Entwicklung und Produktion liegen bei der Karl-Eckardt-Fahrzeugbau GmbH dicht beieinander. Über Jahre hinweg perfektionieren unsere erfahrenen Facharbeiter und Ingenieure die Materialverarbeitung und die Form der einzelnen Bauteile. Jede Komponente wird vor Ort überprüft, bevor das Produkt zusammengebaut und an den Kunden ausgeliefert wird. Jeder Produktionsschritt wird genauestens immer wieder kontrolliert. Dadurch verfügen unsere Mitarbeiter über ein hervorragendes Know-how in allen Bereichen. Durch die kurzen administrativen Wege werden Änderungen und Verbesserungsvorschläge sofort umgesetzt. Damit werden unsere Produkte ständig weiterentwickelt und für den Markt und somit auch für den Kunden optimiert. Und das ist bei der Produktion mobiler Open-Air-Bühnen am wichtigsten. Für unsere innovative Bühnentechnik stehen eine sichere Statik und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Egal ob bei Privatveranstaltungen, Vereins- und Stadtfesten oder bei Kundgebungen. Wir bieten die passende Bühne für das Vorhaben unserer Kunden. Und das zahlt sich aus. Die Karl-Eckardt-Fahrzeugbau GmbH wird inzwischen als Anwärter für den Markt und Imageführer gehandelt. Und das europaweit. Mobile Bühnentechnik der Karl-Eckardt-Fahrzeugbau GmbH steht für innovative Ideen, die gleichzeitig wirtschaftlich und praktikabel sind. Die Sicherung dieser Qualität steht bei uns an erster Stelle. Hervorragende Materialien und ein gut ausgebildetes Team sorgen für fachgerechte Produktion und perfekte Montage. Darüber hinaus stehen unsere Produkte für ihre Langlebigkeit und Stabilität. Die persönliche Betreuung sowie die Zufriedenheit unserer Kunden stehen bei uns im Mittelpunkt. Aufgrund der Flexibilität unserer Produktion bleiben so gut wie keine Wünsche offen. Wir fertigen individuelle Ausführungen oder Abmaße. Und genau das sichert unseren Erfolg und den Erfolg des StageMobils.